Ziel des Vortrags und ich glaube, man kann auch sagen Ziel deiner Arbeit generell ist es, eine Sensibilisierung dafür zu schaffen, wie alle Geschlechter, nicht nur Frauen, davon profitieren könnten, wenn es eine gendersensible Perspektive gibt im Design und überhaupt. Ja, Ulrike Hele ist Assistenzprofessorin im Studiengang Design, Handwerk und materielle Kultur an der NDU in St. Pölten und sie studierte an der Universität für Angewandte Kunst sowie an der Universität Wien. Sie arbeitet als Designwissenschaftlerin, Lehrende, Kuratorin und Autorin zu Fragen des gesellschaftlichen Wandels. Bitte Ulrike, ich freue mich sehr auf den Vortrag. Vielen Dank, liebe Lea, für die freundliche Vorstellung. Auch von mir heute einen schönen guten Morgen zu diesem besonderen, speziellen Symposium in diesen sehr merkwürdigen Zeiten. Und auch ein besonderes Dankeschön an den Stefan Moritsch, den Studiengangsleiter, wie er gesagt hat, ohne seine Beharrlichkeit, ohne seine Ausdauer, Flexibilität würden wir hier heute nicht sitzen. Vielleicht auch gleich der Hinweis darauf, dass eine Publikation, die normalerweise im Anschluss an ein Symposium erscheint, heute druckfrisch geliefert wurde. Da kann man vielleicht schon ein bisschen mitlesen und mitschauen zu den einzelnen Beiträgen. So, jetzt zu meinem Beitrag. Mein Beitrag ist eine Einführung in das Thema, warum die Befassung mit gendersensiblem Design Sinn macht, notwendig ist. Und außerdem zum Thema entstandenen Arbeiten im Studiengang Design, Handwerk und materielle Kultur werde ich ein paar Beispiele zeigen. Dann werden wir Anwendungsfelder daraus ableiten, die vielleicht auch über die Studentenarbeiten hinweg Gültigkeit haben und den Bereich des gendersensiblen Designs im Verhältnis zu anderen Disziplinen zu verorten versuchen. Das Verhältnis. Ich fange hier jetzt ganz bewusst, ganz basal an, auch in der Hoffnung, dass möglichst viele unserer Studierenden zusehen, zu Hause an den Bildschirmen, gerade auch Erstsemestrige. Also mal zu der ganz grundlegenden Frage, was ist Gender überhaupt? Gender bezeichnet die Geschlechtsidentität eines Menschen in Bezug auf kulturelle und soziale Deutungen, wie sie eben durch Sozialisation oder Gewohnheiten auch entstehen. Und Gender ist im Gegensatz oder eigentlich in Ergänzung zum biologischen Geschlecht zu sehen, das biologische Geschlecht ist eben Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Körpern definiert. Und als kulturelle Konstruktion ist Gender keine Konstante, sondern historisch und kulturell spezifisch und damit variabel und veränderbar, was ein großes Potenzial ist. Und verstanden als soziale Kategorie, also analog zu Ethnie, zu Klasse, zu Nation, ist Gender auch im Zusammenhang mit Machtverhältnissen zu sehen und damit ganz eindeutig politisch. Und da trifft sich eben die politische Lesart von Gender mit meinem Verständnis eines politischen Wesens von Design. Nämlich Design, das Veränderungspotenzial hat, indem es eben alternative Zukünfte entwirft und sich seiner Auswirkungen aber auch immer bewusst sein muss. Und wir Designerinnen sind wichtige Agentinnen eben mit den Entscheidungen darüber, wie wir Gebrauchsgegenstände, Räume, Objekte gestalten und welche Konstruktion von Wirklichkeits- und Deutungszusammenhängen wir da anbieten. Oder wie der Tony Frey sagt, we either support the status quo, a choice so often made unknowingly, or we choose a path of change, which few do. Meine Hoffnung ist, dass es immer mehr sein werden. Wie ist es das Verhältnis zwischen, oder wie wird Gender, wie schlägt sich die Befassung mit Gender in der Designgeschichte, Designforschung nieder? Seit den 80er Jahren ist in ganz vielen Disziplinen, sind Gender-Diversitätsfragen ein großes Thema, aber seit den 80er Jahren auch in der Designwissenschaft zur Diskussion gestellt. Die Designforscherinnen erwähnen dabei etwa die männliche Dominanz im Design oder verweisen auf das wachsende Interesse an weiblichen Positionen in Bezug auf Designpraxis und Geschichte. Und in der Designtheorie gibt es zahlreiche Beiträge, die sich damit analysieren, auf die produktsprachlichen oder morphologischen Aspekte mit dem Fokus auf Gender und Design. Allerdings in der Designpraxis ist die Thematik kaum verankert und wenn denn überhaupt über die Geschlechterrollen, die implizit oder explizit in Produkten eingeschrieben sind, nachgedacht wird, dann gelten nach wie vor Kategorien wie typisch männlich oder typisch weiblich. Also diese binäre Untersuchung oder Unterscheidung von Individuen zieht sich quer durch die empirische Genderforschung, wenn es um Verhalten, Konsumgewohnheiten etc. geht. Das ist eigentlich ein Paradoxon oder wie Uta Brandes, eine Pionierin im Bereich Gender und Design, sagt, es stehen uns eben für diese Interpretation vergeschlechtlichter Aktionen und Objektaneignungen wieder nur jene Kategorien zur Verfügung, die diese Genderstereotypen, Aktionen und Objekte überhaupt hervorgebracht haben. So, jetzt kommen wir zu den Daten dahinter. Was ist damit gemeint? Also jetzt zuerst einmal der Status Quo, die gute Nachricht. Die Debatten über Gender-Diversität haben 2020 den Mainstream erreicht, traue ich mich zu behaupten. Gleichzeitig sind unterschiedlichste Rollenbilder von Männlichkeit und Weiblichkeit medial präsent und auch die Toleranz gegenüber verschiedenen Auslegungen von Gender-Identitäten ist gewachsen, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung. Dann, was die Daten, also die Geschlechterparität an den internationalen Design-Ausbildungsstaaten ist, ist erreicht. Und ich habe mir angeschaut, zum Beispiel im Studiengang Design, Handwerk und Materielle Kultur 2019 identifizierten sich 59 Prozent der Studierenden als weiblich. Und an der Fakultät für Gestaltung an der NDU waren es immerhin 79 Prozent. Dann im österreichischen Kreativwirtschaftsbericht aus 2017 werden 45 Prozent der Beschäftigten im Bereich Design als weiblich angegeben. Also da sieht man schon, da fällt es schon wieder ein bisschen ab. Und inwiefern diese, ich bezeichne sie als positiven gesellschaftlichen Veränderungen auf unsere materielle Kultur auswirken, das schauen wir uns noch an. Aber ganz polemisch gesagt, wir leben nach wie vor in einer von Männern für Männern gestalteten Welt. Männer werden im Hinblick auf Maße, Gewohnheiten und Anforderungen meist als Standard angenommen und Frauen, wenn überhaupt, als Abweichung identifiziert. Caroline Criado-Perez hat in ihrem Buch Invisible Women beschrieben, wie eine von Daten beherrschte Welt die Hälfte der Bevölkerung, Frauen in ihrem Fall, ignoriert. Sie hat ganz viele Fallbeispiele versammelt aus der Geschichte der Medizin, der Forschung bis hin eben zu jenen Daten, die immer wichtiger werden, nämlich die Grundlage bildend für die Artificial Intelligence Anwendungen. Und sie belegt damit den androzentrischen Gender Data Gap. In diesen Daten, die sie beschreibt, Grundlagen zu Ergonomie, Biologie, Bedürfnissen und Unterschiedlichkeiten, kommen Frauen entweder nicht vor oder wenn es denn Daten zu Frauen gibt, werden sie einfach nicht getrennt dargestellt. Und ich behaupte, dahinter steckt keine generell böse Absicht. Es fehlt aber einfach das Bewusstsein und es fehlt definitiv Diversität an maßgebenden Personen. Und das könnte so einfach sein. Bringen wir Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen in Teams zusammen, die Dinge aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten und ihre gegenseitigen blinken Flecken ausgleichen. In Bezug auf Gestaltung, dieser Gender Data Gap, was ist das Ergebnis in Bezug auf Gestaltung? Da sind die Ergebnisse sehr schwere Türen, die für Frauen mit einer Hand nicht öffenbar sind oder Stiegen mit Glasböden, die für Frauen unangenehm sein können. Standard Raumtemperaturen in Smart Buildings, die nach wie vor auf den Berechnungen eines 70-Kilo-Manns aus den 60er Jahren, also auf den Metabolismus bezogen, hergenommen werden. Oder Stimmerkennungssysteme, die die Frequenzen weiblicher Stimmen nicht erkennen. Oder wie Criado Perez schreibt, Smartphones, medizinische Technik bis hin zu Elektroherden werden eben diese Werkzeuge oder Gebrauchsgegenstände ohne Bezug auf die Bedürfnisse von Frauen entwickelt und versagen deshalb einen großen Stil. Ich möchte da ganz kurz vielleicht anmerken, Criado Perez wird und wurde kritisiert, weil sie sich auch dieser ausschließlich binären Geschlechterdefinition gewidmet hat. Das Gleiche gilt mit Sicherheit auch für People of Color, mit Einschränkungen etc. Ich finde trotzdem ihren Hinweis darauf ganz wichtig, dass es nicht sein kann, dass auf Kosten einer Personengruppe die andere in Daten einfach ignoriert wird. Also was eben dieser Gender Data Gap, der wurde bisher in der Designforschung noch nicht berücksichtigt und ich glaube schon, dass ein Gutteil dieser Gender Blindengestaltung, also dieser Objektangebote, Räume, die überhaupt das nicht reflektieren, diese Voraussetzungen und Bedingungen, auch daher kommt, weil dieser Gender Data Gap eben zugrunde liegt. Wie schaut es am Markt aus? In Nischen entstehen Marken und Produktangebote, die dezidiert genderneutral sind und oder eben ideologische Geschlechterneutralität propagieren. Allerdings in der großen Masse der Konsumangebote wird der Faktor Geschlecht entweder nicht berücksichtigt. Diese Angebote bezeichne ich hier eben als genderblinde Produkte oder der Faktor Geschlecht wird zwar berücksichtigt, aber auf ganz stereotype Art und Weise bedient. Das würden wir jetzt hier genderspezifisch kodiert bezeichnen. Und eben diese binäre Vorstellung davon, wie wir einkaufen, wie wir uns anziehen, wie wir leben, herrscht weiter vor. Und Designerinnen scheinen das Geschlecht ihrer potenziellen Nutzerinnen zu antizipieren und unhinterfragt zu übernehmen. Und gerade in den, sichtbar wird das gerade speziell in den Bereichen Mode, Kosmetik, Hygiene oder Kinderspielzeug, wo viele Objekte gezielt als Männer- oder Frauensachen gestaltet sind. Und das sind jetzt nur Bereiche, wo diese Stereotype bereits auf der Oberfläche sichtbar sind und sind wahrscheinlich nur die Spitze des Eisbergs. Und was interessant ist, ist, dass diese Angebote gefühlt, in meiner Wahrnehmung zumindest, in den letzten Jahren mehr anstatt weniger geworden sind. Und ich würde da gerne drei Hypothesen dann vielleicht für die spätere Diskussion auch zur Debatte stellen, was ich glaube, weshalb das so sein kann. Also etwa jene Hypothese, dass eine Produktdifferenzierung nach binären Geschlechtern schlicht und einfach zu einer Steigerung im Absatz führt, wobei Gestalterinnen eben vor allem das Marktpotenzial von Design im Auge haben. Nicht das Veränderungspotenzial, aber das Marktpotenzial. Oder eben eine andere Lesart dieser massenhaft Verbreitungsstereotyp gestalteter Produkte könnte auch die Nachfrage sein. Und der wiederum liegt das Bedürfnis der Menschen nach Orientierung vielleicht zugrunde, das Bedürfnis nach sozialer Zugehörigkeit, frei nach Maßlauf. Und dazu referiert Laura Hensler spät, ich glaube, das ist der Beitrag im Anschluss, die referiert auf den Begriff der Retrotopia. Retrotopia, damit ist die Renaissance auch regressiver Werte und Normen bezeichnet in einer Welt, in der eben scheinbar alles möglich ist, wo dann die Orientierung wieder an anderen Stellen Wert bekommt. Oder eben die dritte Hypothese, die ich zur Debatte stellen möchte, dass unsere Dingwelt schlicht und einfach herrschende Machtverhältnisse und Repräsentationssysteme spiegelt. Dazu gibt es einen passenden Begriff, den Pierre Bourdieu geprägt hat, den Begriff der symbolischen Gewalt. Damit sagt er, dass durch die Kategorisierung und Klassifizierung zwischen den Geschlechtern die Anerkennung von Machtstrukturen unterschwellig und alltäglich gesichert wird und die Abwertung bestimmter Menschengruppen normalisiert wird. Weil interessant ist ja bei diesen genderspezifisch gestalteten Produkten, man könnte ja sagen, ja, jede, wie es ihr gefällt, aber interessant ist, dass da eine hierarchische Wertung implizit ist. Es ist nach wie vor so, dass männlich konnotierte Eigenschaften, Gewohnheiten, Verhaltensweisen, Fähigkeiten höher bewertet werden als weiblich konnotierte. So, dann schauen wir uns an, wie das Thema Gender und Design, welchen Stellenwert es in der Designausbildung nimmt. Die Auseinandersetzung der Studierenden, was wir im Studiengang Design, Handwerk und materielle Kultur mit den Studierenden jedes Semester eigentlich oder am laufenden Band einüben können und wollen, das ist der kritische, der andere Blick auf unsere materielle Kultur. Und eben im Wintersemester 2019 war dieser gewählte Blick jener auf das Verhältnis von Gender-Vorstellungen und unsere gestaltete Umwelt. Und im Zuge der Vorarbeiten hat sich ergeben, dass Gender als integraler Teil der Designausbildung eigentlich nicht verortet ist. Eine glorreiche Ausnahme bildete der von Uta Brandes geleitete Lehrstuhl Gender und Design an der Kist in Köln von 1995 bis 2015. Aber da muss man sagen, dass sie sich mit diesem Lehrstuhl an Studierende gerichtet hat, die sich dezidiert für die Thematik interessiert haben. In unserem Studiengang war die große Herausforderung, also eine heterogene Gruppe von Studierenden, zu einem Großteil erstmals mit dieser Thematik zu konfrontieren. Und das fehlende Bewusstsein für diese Thematik wurde auch recht schnell evident. Ziel war für uns eine Sensibilisierung für Gender als eine soziokulturelle Konstruktion. Und wir haben eben versucht, das nicht als Einschränkung, sondern als großen Möglichkeitsraum zu präsentieren, von dem alle, beide Geschlechter profitieren können, wenn sie sich denn von diesen binären Oppositionen freimachen. Ich hoffe, ob das gelungen ist oder nicht, das schauen wir uns jetzt gleich an. Wir sind schon, jetzt kommen endlich Bilder, für die ich Rechte habe. Die Projektarbeiten. Was waren eben die Ergebnisse aus diesem Semester mit dem Fokus auf Gender und Design? Wir haben eine sehr große, also die Auseinandersetzung der Studierenden und die große Bandbreite der Projekte, die entstanden sind, bestätigt das Potenzial dieser gewählten Perspektive. Auch für lösungsorientierte und innovative Gestaltung. Ein wesentliches Augenmerk lag für uns eben auf der forschenden Herangehensweise. In der Phase der Recherche wurde ein großes Augenmerk zugewiesen, weil uns das ganz wichtig ist, dass man wirklich informierte Gestaltungsentscheidungen auch treffen kann. Und diese vielfältigen Arbeiten haben wir versucht, so dann im Nachhinein, nachdem sie präsentiert waren, auch so Anwendungsfeldern, Kontexten zuzuordnen. Das wären eben der Bereich des Critical Design, Objekte für Kinder, deutungsoffene, individualisierbare Produkte, Objekte für Körperbilder oder alternative geschlechtsspezifische Produkte. Das ist das Ergebnis der Clusterbildung aus den Semesterarbeiten, aber ich glaube, dass es darüber hinaus vielleicht auch für die professionelle Praxis des Produktdesigns als Bereiche zur Umsetzung von gendersensiblen Design können das durchaus sinnvolle Bereiche sein. Ich zeige zu jedem Bereich zwei Projekte der Studierenden. Critical Design ist eben als gestalterische Kultur- und Technologiekritik längst anerkannt und mit den Strategien des Critical Design können Designerinnen eben Rollenbilder und damit verbunden Phänomene zur Diskussion stellen. Ein erstes Beispiel ist das von Yvonne Rausch konzipierte und gestaltete Brettspiel-Plot-Twist, welches basierend auf realen Daten die Ungerechtigkeit des Gender-Pay-Gaps spielerisch erfahrbar macht und damit Debatten auch zu diesem wichtigen Thema anregte. Das zweite Beispiel, das ich zeigen möchte, ist das Projekt Rollentausch von Maria Schal, die auf ironische und kritische Weise mit Stereotypen bricht. Sie hat Schönheitsvorstellungen und Normen analysiert, die in den vergangenen Jahrhunderten Artefakte und Hilfsmittel hervorgebracht haben, mit deren Hilfe Körper von Frauen auf teils schmerzhafte Art geformt und sexualisiert wurden. Damit gemeint sind zum Beispiel der hochackige Schuh, BHs oder Korsette. Und sie hat eben mit ihrem entstandenen Projekt versucht, diese Rollenbilder zu vertauschen, diesen oberflächlichen, auf Frauenkörper geworfenen Blick fiktiv zurückzuwerfen und hat eine idealisierende Körpermaske für Männer realisiert, die eben ähnlich einengend und unangenehm wie die bereits genannten Werkzeuge sein können und für die starren Geschlechterrollen und Schönheitsvorstellungen sensibilisieren soll. Der zweite Bereich, ein relevantes Anwendungsfeld, stellt die Schaffung von attraktiven, genderdiversen Angeboten für Kinder dar. Damit sind Projekte gemeint, die helfen, die Thematik eigentlich an der Wurzel zu fassen. In jener Phase der Entwicklung bis sechs Jahren, in der die grundlegende Geschlechteridentität, Geschlechtsidentität ausgebildet wird. Dazu zählen neben Konsumangeboten eben auch Objekte zur Unterstützung einer gendersensiblen Pädagogik, die einen wesentlichen Hebel darstellen können, wenn wir so Stereotype, Prägungen überkommen möchten. Das erste Beispiel ist von der Irene Heider. Fanta Lucia, ganz ein simples, aber auch intelligentes Steckplattensystem, das Kindern die Gestaltung fantasievoller Räume und Kulissen ermöglichen soll. Ganz klar als Gegenentwurf zu den hellblau-rosa Spielwelten für Kinder. Das zweite wäre das Projekt Stritsis. Das ist von Teresa Ecker und Magdalena Manigatter. Die Designerinnen fanden heraus, dass gerade im emotionalen Ausdruck große Differenzen zwischen den Geschlechtern festzustellen sind. Und sie haben in enger Zusammenarbeit mit Pädagoginnen eben Bausteine entwickelt, die Kinder auf spielerische Art und Weise einerseits Ventile für ihre Emotionen bieten können oder andererseits diese Emotionen repräsentieren können. Farben und Formen haben sie eben frei von Gender-Codes gewählt. Sie haben unterschiedliche Oberflächen angewendet und mit verschiedenen Befüllungen versuchen sie alle Sinne anzuregen. Der nächste Anwendungskontext wäre jener der deutungsoffenen, individualisierbaren Produkte, wo eben im Idealfall Farbcodes und Formen, welche die binäre Sichtweise auf Geschlecht verstärken, vermieden oder neutralisiert werden. Ein Beispiel dafür ist die Holsterklatsch von Fabian Wolfhard Kruckenfellner. Das ist ein ganz genderneutrales Accessoire als Verstauermöglichkeit. Und er hat mit seiner Arbeit auf das Phänomen reagiert. Er hat sich auch historisch analysiert und angesehen, dass Taschen in Frauenkleidern entweder zu klein sind, zugenäht oder gar nicht existieren. Martin Koberwein hat einen ganz anderen Zugang gewählt und eben ein individualisierbares, ergonomisch-funktional-sowie-formal-Badezimmermöbel entwickelt, das von den Nutzerinnen konfiguriert werden kann. Er hat in einer kleinen designethnografischen Studie sich angesehen, wie die Inhalte von Badezimmerschränken sich unterscheiden, je nach Geschlechtsidentität. Und sein Ergebnis ist eben die Neuinterpretation des Klassikers der heimischen Bademöbel des Aliberts, die Aliberta. Und die Funktionen des Vorbilds wurden zerlegt, modular neu angeordnet. Und dann gibt es eben noch 3D-gedruckte Verbindungselemente, mithilfe derer die einzelnen Teile, je nach ergonomischen und funktionalen Erfordernissen, in diese Lochrasterwand gehängt werden können. Ein anderes Anwendungsfeld wäre eben jenes Objekte- und Körperbilder, weil gerade jene Artefakte in unserer materiellen Kultur, die den Körper kategorisieren, denken wir an Möbel, denken wir an Kleidung, tragen zu Konstruktion und Verstärkung von Geschlechterrollen bei. Da geht es um das Spannungsfeld auch von Natürlichkeit und Künstlichkeit, von eben gesellschaftlich produzierten Idealbildern bis hin zu Körperpolitiken. Und das erste Beispiel, das ich zeigen möchte, ist von Isabella Fürst, unrasiert. Aus der Ästhetik kennen vielleicht manche von Ihnen den Mere-Exposure-Effekt, der besagt, dass durch wiederholtes Ansehen oder Erfahren das ästhetische Gefallen gesteigert wird durch diese Gewöhnung. Und genau diesen Effekt möchte Isabella Fürst nutzen, indem sie eben das Gefühl, unrasierte, stoppelige Haare zu berühren, mit Objekten kombiniert, die gut in der Hand liegen, sogenannten Handschmeichlern, und damit das Nachdenken auch über Schönheitsideale anregen möchte. Die nächste Arbeit ist von Katharina Patik, die sich die Frage gestellt hat, wie ein unvoreingenommenes Bewusstsein für die Ästhetik des eigenen Körpers geschaffen werden kann. Sie hat die ästhetische Bewertung von Körperbildern sich angesehen und beobachtet, dass die Gesamtansicht des Körpers nun automatisch ein Geschlechterzuordnung mit sich bringt und die Selbstwahrnehmung auch stark beeinflusst. Sie hat sich dann Ausschnitte von Körperabbildungen ausgesucht und beobachtet, dass in den gewählten Sequenzen eben das Geschlecht unwichtig wird und der Bildausschnitt eine eigene Ästhetik in sich birgt. Und diese Analyse hat sie übersetzt in ein Objekt, den Stand Spiegel Ego, der neue, ungewohnte Blicke auf den eigenen Körper zulässt. Die letzte Kategorie, die ich präsentieren möchte, sind diese alternativen geschlechtsspezifischen Produkte. Natürlich gibt es auch geschlechtsspezifische Produkte. Es geht nicht um Gleichmachen, es geht um Vielfalt. Das sind Produkte, die auf geschlechtsspezifische Anforderungen oder Bedürfnisse reagieren, aber eben immer Bewusstsein dieser Thematik. Oder solche, die bestehende geschlechtsspezifische Produkte einfach neu umdeuten. Das erste Beispiel ist von Daniela Cabrillo. Wie die meisten von Ihnen vielleicht wissen, Menstruationstasten haben in den vergangenen Jahren als ökologische Alternative zu Wegwerfhygieneartikeln relevante Marktanteile erobert. Und alle Nutzerinnen kennen die Herausforderung, was es bedeutet, diese Menstruationstasten unterwegs in öffentlichen Toiletten zu reinigen. Auf diese Herausforderung reagiert der Menstruationstastenreiniger2go, indem eine Open Source Anleitung angeboten wird, die ein portables System aus ganz simplen Bauteilen ermöglicht. Das zweite Beispiel ist von Jonas Thamann. Der wiederum hat sich Schmuckkategorien angesehen und jene Kategorien identifiziert, die üblicherweise von einem binären Geschlecht getragen werden. Für Menschen, die sich weiblich identifizieren, hat er eben zum Beispiel Joker oder Perlenketten identifiziert, Bauchnabelpiercings oder diesen Solitärring. Das ist ein Fingerring, der mit einem einzigen Diamanten im Brillanten Schliff in einer Krabbenfassung gefasst ist und sich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten zum Inbegriff des Verlobungsrings entwickelt hat. Er hat sich eben diesen Ring hergenommen, informal und funktional neu interpretiert und daraus einen Herrenverlobungsring gestaltet oder erschlägt vor, einen Herrenverlobungsring eben anzubieten auch und will mit diesem Projekt Rollenklischees einerseits kritisch befragen und auch diese gleichberechtigte Entscheidung und den gleichberechtigten Bindungswillen beider Seiten repräsentieren. Die Verortung, es ist jetzt die Formulierung gendersensibles Design, wird hier als eine recht niederschwellige Strategie zwischen einerseits dezidiert feministischen Positionen im Design und andererseits dem inklusiven Design verortet. Ein wichtiger Beitrag zu einer machtkritischen und geschlechterinformierten Design-Methodologie stammt zum Beispiel von Sandra Buchmüller. Sie verknüpft feministische Theorie, Wissenschafts- und Technikkritik mit Designforschung und gestalterischer Praxis und formuliert der feministische Methodik. Ihr zufolge gehört dazu eine Enthierarchisierung der Designer-Innen-Nutzerinnen-Beziehung. Es hat also auch Auswirkungen auf den Designprozess selbst und sie kritisiert, Bedeutungskategorien ist für das Öffnen des Blickes, für individuelles, kontextuelles, situatives und heterogenes. Also das wären alles wesentliche Kriterien für feministische Design-Theorie und Praxis. Also wieso wurde nicht einfach diese Perspektive gewählt, um nicht all jene auszuschließen, die sich nicht als weiblich und oder feministisch identifizieren, haben wir für die Arbeit mit den Studierenden eben diese dezidiert feministische Perspektive nicht gewählt. Feminismus ist nach wie vor ein Reizwort und ruft bei vielen Menschen negative Konnotationen hervor. Es gibt einfach eine bedenkliche Differenz zwischen dem, was die verschiedenen Feminismen erreichen möchten und wie sie in der Alltagswelt gesehen wurden. Bestätigt wurde das in der Vorbereitung des Semesterthemas, kamen einige Zurufe auch von Kollegen in diesem Fall, die meinten, wozu braucht es denn diese Befassung mit Gender und Design überhaupt noch? Es gibt doch das inklusive Design, das Design for all, da werden eh schon alle Abweichungen von der Norm mit berücksichtigt. Das stimmt, es gibt, deswegen möchte ich auch auf das inklusive Design zu sprechen kommen. Gender ist ein Faktor im Bereich des inklusiven Designs, aber Gender ist da nur ein Teilaspekt, der neben anderen Aspekten wie generationellen oder körperlichen Einschränkungen gleichwertig behandelt wird. Eine Definition liefert das British Standards Institute die Gestaltung von Massenprodukten und oder Dienstleistungen, die für möglichst viele Menschen zugänglich und nutzbar sind, ohne die Notwendigkeit einer besonderen Anpassung oder eines speziellen Designs. Und ich möchte eben an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es definitiv nicht hinreichend ist, Gender nur als Abweichung von der Norm neben anderen Kriterien zu behandeln. Das zu tun bedeutet eine Relativierung dieses kulturell und sozial entstandenen Phänomens. Und es ist komplex genug, dass es exklusive Aufmerksamkeit und dezidierten Raum beanspruchen darf. Also gendersensibles Design ist somit ein Angebot aus der Disziplin des Designs, bewusst auf Gender-Vorstellungen hinzusehen, die in unserer materiellen Kultur eingeschrieben sind. Im Gegensatz zu inklusiven Design, da schaut man eben nicht bewusst auf das Thema Gender hin, sondern neben anderen Aspekten. Und eben gleichzeitig ist es die Befassung mit Gender im Designprozess und soll aus diesen Nischen-Dasein herausgeholt werden, was leider in Bezug auf die feministischen Positionierungen nach wie vor der Fall ist. Also meine Hoffnung wäre, dass möglichst alle oder viele Designerinnen sich angesprochen fühlen, sich und ihre gestalterische Tätigkeit von Gender-Kategorisierungen loszulösen, damit eben auch den Handlungsspielraum zu erweitern und zu einer vielfältigen Gesellschaft beizutragen. Und ich möchte jetzt ganz kurz zum Schluss eine Gegenüberstellung machen. Also die Erfahrungen aus der Projektarbeit mit den Studierenden sind da eingeflossen, sowie die Recherchearbeit zum Spannungsfeld Gender und Design. Und ich habe versucht, also diese Oppositionen, das in Oppositionen das Verhältnis pointiert zusammenzufassen, zu vermitteln und zur Diskussion zu stellen. Also wie unterscheidet sich dieses genderspezifisch kodierte oder genderblinde Design, also so wie es jetzt quasi der Fall ist, von einem gendersensiblen Design. Zuerst habe ich mal die Einstellung mir angeschaut, das Mindset, das dahinter liegt. Also das herkömmliche Design würde Machtstrukturen und die Logik des Marktes akzeptieren. Das gendersensible Design würde diese Machtstrukturen und die Logik des Marktes hinterfragen. Dann eben der Fokus auf das Marktpotenzial von Design. Beim gendersensiblen Design der Fokus auf das Veränderungspotenzial von Design. Dann die binäre Sichtweise auf Geschlecht und das Mindset im gendersensiblen Design muss natürlich sein, die non-binäre Sichtweise auf das Geschlecht. Dann die Grundlagen für die Gestaltung, eben das genderspezifisch kodierte Design oder das genderblinde Design ist informiert durch Daten, die zu Genders nicht differenzieren. Und das gendersensible Design hinterfragt eben diese Daten oder schafft im Idealfall differenzierende Daten in der Recherche. Dann werden Annahmen zu Genderrollen getroffen und auf der anderen Seite werden Annahmen zu Genderrollen hinterfragt. Das ist die Frage aber, wie, was für Methoden könnte man, wie könnte man das methodisch umwenden, eben setzt etablierte Gendercodes in Form und Funktion ein. Die kennt man schon, die sind bewährt. Und im gendersensiblen Design wird eben auf diese Gendercodes verzichtet. Sie werden ironisch oder kritisch eingesetzt oder neutralisiert. In einem Bereich eben vordefinierte Formen, Farben und Funktionen. Möglichkeiten werden definiert und auf der anderen Seite formal und funktional modular und flexibel und Möglichkeiten werden eröffnet. Dann Produktdifferenzierungen eben aufgrund des binären Geschlechts und Produktdifferenzierung auf der anderen Seite aufgrund unterschiedlicher Bedürfnisse und Funktionen. Zum Prozess auf der einen Seite eher ein hierarchischer Designprozess, auf der anderen Seite muss nicht, aber soll oder kann ein partizipativer Designprozess, wo Nutzerinnen möglichst mit einbezogen werden. So, jetzt bin ich auch schon am Ende der Präsentation. Da gibt es, das ist auch in der Publikation zu sehen, diese Gegenüberstellung für alle, die das auch mal nachlesen möchten, gerne. Und jetzt bleibt mir nur noch, noch einmal Danke zu sagen, mal an Silvia Kostzenzer von Studia Deluxe für die Grafik rund um das Symposium und die Grafik der Publikation. Ein Danke an Moja Hoke und Stefan Moritsch für die Co-Betreuung des Semesters. Und ein großes Danke vor allem an alle Studierende, auch die, die jetzt in der Präsentation nicht vorgekommen sind, für ihre Projekte. Damit ende ich. Danke. Ja, liebe Uli, vielen Dank für den sehr, sehr spannenden Vortrag, der jetzt das Thema des Symposiums auch schon sehr breit und weit aufgespannt hat. Ich denke, der eignet sich gut, um so ein paar Grundfragen einfach jetzt noch mal aufzuwerfen. Und eine dieser Grundfragen stand ja auch gleich am Beginn deines Vortrags, nämlich die Frage danach, warum das eigentlich alles so ist. Also warum wir beobachten können, dass es eigentlich eine stärkere Segregation von Produkten gibt. Und das gibt ja eigentlich gemeinhin eher die Vorstellung, es wird alles besser. Rollenerwartungen weichen sich langsam auf. Mädchen dürfen jetzt Hoodies und Baggy-Hosen tragen und dürfen Skateboard fahren. Und ja, Jungs dürfen auch mal weinen. Also eigentlich herrscht ja schon diese Grundstimmung vor, die Dinge werden leichter, lockerer für beide Geschlechter oder für alle Geschlechter oder auch für Menschen, die sich nicht innerhalb des binären Geschlechtsrasters definieren. Und gleichzeitig, wie du eben in deinem Vortrag gesagt hast, gibt es die Entwicklung, dass es, dass man, also wenn man Kinder hat, weiß man, dass bei H&M keine Socken kaufen kann, die nicht entweder für Jungs oder für Mädchen sind. Also es gibt das nicht mehr. Und das ist empirisch nachweisbar, dass das in den letzten Jahrzehnten viel, viel, viel stärker geworden ist. Und dass diese Entwicklung momentan gerade sogar an Fahrt aufnimmt. Also bei Ikea gibt es jetzt die Spielküche, die es, weiß ich nicht, seit Jahrzehnten im Sortiment gibt, gibt es jetzt plötzlich in rosa und blau. Und du hast da ja verschiedene Erklärungsmodelle angeboten. Vielleicht können wir darüber nochmal ein bisschen sprechen, was da dir am plausibelsten erscheint, welche Erklärung, warum das so ist und wie man dagegen steuern kann. Ja, also gerade in den Spielwelten ist es sehr massiv zu sehen. Auch Lego ist ein ganz oft zitiertes Beispiel, wo es eigene Arbeiten dazu gibt. Ich glaube, diese drei Punkte, die ich in meinem Vortrag vorgeschlagen habe, bieten eine erste Erklärungsmöglichkeit. Ich glaube schon, dass es ganz stark darum geht, dass man mehr absetzen kann, dass man, wenn man die Produkte differenziert, man kann zum Beispiel eine rosa Mädchen-Jeans mit Glitzernaht nicht an den nachkommenden kleinen Bruder vererben oder so. Ich glaube schon, dass es wirklich darum geht, mehr Produkte absetzen zu können, einerseits. Was vielleicht auch ein Faktor ist, ist, dass man zum Beispiel im Hygiene- oder Kosmetikbereich, denke ich nur an Lady Shaves etc., dass auch Frauen als Konsumentinnen stärker erkannt wurden, und dass Frauen zum Glück auch unabhängiger leben können und über mehr Geld mitunter verfügen, dass sie als Zielgruppe erkannt wurden vielleicht auch. Diese Sehnsucht nach so klaren Rollenerwartungen und Rollenmustern hattest du im Vortrag auch genannt. Das wird mit Sicherheit auch eine Rolle spielen. Das glaube ich schon auch, dass man sich da einfach einer Gruppe zugehörig fühlen kann. Und Statuskonsum nimmt ja wichtige Rollen ein. Oder eben auch der Konsum, gerade in der Mode, von Artikeln, mit denen man seine eigene Identität eben ausbildet und kommuniziert. Und da mag diese Orientierung für viele Menschen eine wichtige Rolle spielen. Was ich auch sehr spannend fand, ist der Aspekt, der wahrscheinlich heute noch oft diskutiert wird, dass es ja beide Strategien geben muss bei Gender Design, einerseits bestehende Bedürfnisse wahrzunehmen und auch zu befriedigen, also sehen, welche Unterschiede gibt es de facto, auch wenn sie gesellschaftlich erzeugt wurden und dann versuchen, mit dem Produktdesign dem gerecht zu werden. Aber andererseits vielleicht auch die radikalere und wagemutige Herangehensweise, nämlich zu sagen, wir entwerfen ja auch die Welt oder wie du es genannt hast, die Zukunft. Also das immer mit im Auge zu haben und nicht nur zu sagen, ich mache Produkte für die Männer und Frauen, die es jetzt hier und heute gibt, sondern ich mache auch Produkte für eine Welt, wie sie sein könnte. Und das ist wahrscheinlich noch viel herausfordernder. Ja, das sind beide spannende Felder eben für das Heute und Jetzt und die gegebenen Bedingungen zu entwerfen oder aber eben wirklich versuchen, alternative Zukunft damit zu bedienen oder alternative Rollenmodelle etc. Aber was in jedem Fall eben sein muss, gegen die Naivität eine gewisse Informiertheit und nichts zu tun, als gäbe es diese Unterschiede nicht oder als kann man da einfach so wie zum Beispiel das Slogan Shrink it and pink it, das als Methode heranzunehmen, um ein Produkt, das zum Beispiel für Frauen, Menschen, die sich als Frauen identifizieren, geeignet wäre, sondern also gegen die Naivität einfach wirklich informierte Entscheidungen treffen und hinschauen. Warum gibt es da wirklich ergonomische Unterschiede oder sind Frauenhände wirklich kleiner als Männerhände oder wie auch immer? Informiertheit statt Naivität auch da. Und wie ist das? Das betrifft ja auch die Lehre ganz stark. Also es geht ja im Grunde bei Bewusstseinsschaffen nicht nur darum, dass Menschen andere Konsumentscheidungen treffen, sondern es geht wahrscheinlich auch vor allem um die nächste Generation von DesignerInnen, die etwas anders und besser machen soll. Was sind da so die Herausforderungen? Du hast es vorhin gesagt, ihr habt eben nicht einen Lehrgang, der sich an speziell Interessierte richtet, sondern wir müssten ein sehr heterogenes Feld an Studierenden abdecken. Ja, das mit dem heterogenen Feld fand ich ja positiv eigentlich, dass man auch mal Studierende damit konfrontiert, die sich sonst vielleicht das nicht auf der Top-Ten-Liste der Interessensgebiete gesetzt hätte. Aber ansonsten, wie man die Herausforderung für die Lehre ist, vielleicht ist es genauso wie, wenn wir von den Produkten oder von den Gestaltungsentscheidungen gehört haben, von Criado Perez und diesem Gender Data Bias, dass gerade auch in der Lehre die Teams möglichst heterogen zusammengesetzt sein sollten und möglichst divers, um möglichst verschiedene Positionen mit einzubringen. Und die Lehre schaut sicher anders aus, wenn Polemik vor sich, wenn lauter alte, weiße Männer die Designlehre der Zukunft betreiben oder wenn das eben auch People of Color, junge, ältere Frauen, junge, ältere Männer sind. Das wäre schon einmal ein wichtiger Hebel, möglichst diverse Positionen auch in die Lehre, in das Produkt der Designlehre einzubringen. Du hast auch eine Gender-Design-Definition zitiert, wo ein Kriterium war, dass es ein enthierarchisierter Vorgang ist, also dass quasi das Verhältnis zwischen DesignerInnen und KonsumentInnen oder AnwenderInnen sich ändern muss. Und du hast gesagt, es kann partizipativ sein. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen erklären. Ja, also partizipative Designprozesse sind sicher überhaupt an, also die Marktforschung hat das längst erkannt als Hebel, um Produkte anerkannter und erfolgreicher zu machen. Aber da geht es dann nur um gewisse Phasen im Designprozess, wo NutzerInnen befragt und Daten erhoben werden. Aber dass man sie wirklich eben zum Beispiel auch in der Konfiguration eines Produktes, dass man das offen lässt, dass man sie da auch mit einbezieht oder eben in den Entwicklungsprozess. Einfach ganz wichtig, diese Perspektive des iDesign zu verlassen und wirklich sich mit den NutzerInnen zu konfrontieren und hinzusehen. hilft mit Sicherheit, gendersensibles Design umzusetzen, hilft aber auch in allen anderen Bereichen, diese Perspektive des iDesign zu verlassen. ngert hm 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 glaube ich